Hier präsentieren wir die 5 besten Schalenkäffertest. Lass uns anfangen. For more information. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. 90 von Handgepäck Koffer. Suchen Sie einen Koffer, den Sie überall hin mitnehmen können? Dann schau dir unsere neue 90-Fan Koffer an. Unser Koffer ist perfekt für jeden, der auf der Suche nach Stil ist. Die 4 flexiblen Doppelrillen dieses Koffers sind stoßdämpfend und schützen ihre Sachen, während sie unterwegs sind. Der ausziehbare Aluminiumgriff verfügt über 3 verschiedene Positionen, so dass Sie den Koffer mühelos bewegen können. Wir haben unseren Koffer an Ihre Reisebedürfnisse angepasst. Das Hauptfach ist geräumig, so dass Sie Kleidung, Schuhe oder andere Gegenstände problemlos verstauen können. Außerdem gibt es ein kleines Innenfach mit Reißverschloss, das sich perfekt für kleine Gegenstände eignet. Mit dem 90-Fan Koffer kannst du dein Gepäck überall hin mitnehmen. Nummer 4. Wenger Pegasus 39 Liter Carry-On. Sie suchen einen neuen Handkoffer für Ihre nächste Reise. Dann ist unser Wenger Pegasus 39 Liter Handgepäckkoffer genau das, was Sie brauchen. Der Wenger Pegasus 39 Liter Handgepäckkoffer ist reisezertifiziert und verfügt über ein TSA-Kombinationsschloss, damit Sie mit Zuversicht reisen können. Außerdem hat er ein integriertes Namens- und Adressschild, damit Sie Ihren Koffer identifizieren können, falls er verloren geht. Dieser Koffer hat 4 leichtgängige Doppelrillen, so dass Sie ihn leicht durch Flughäfen und Menschenmengen bewegen können. Außerdem gibt es eine zusätzliche Ablagefläche, die sich um 5 cm erweitert und Ihnen noch mehr Stauraum bietet. Gehen Sie mit Zuversicht in Ihren nächsten Urlaub. Holen Sie sich das beste Handgepäck für Ihre Reise mit einem Wenger Pegasus 39 Liter Handgepäckkoffer. Vor mehr Informationen. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Wittchen Mittlerer Koffer Trolley. Sind Sie immer auf Achse? Dann sollten Sie sich unser neues Wittchen Handgepäck Trolley Koffer Reisekoffer Abs Hartschaden Trolley 4 Rollen Kombinationsschloss ansehen? Unser Wittchen Handgepäck Trolley Koffer Reisekoffer Abs Hartschaden Trolley 4 Rollen Kombinationsschloss ist perfekt für alle, die einen praktischen und stillvollen Koffer suchen. Dieser Koffer hat 4 Räder, mit denen er sich leicht in alle Richtungen bewegen lässt und ist mit einem verstellbaren Innengrad ausgestattet, um die Bewegung zu minimieren, wenn Sie all Ihre Habseligkeiten einpacken. Wir wissen, dass jeder Reisende anders ist und wir passen unser Wittchen Handgepäck Trolley Koffer Reisekoffer Abs Hartschaden Trolley 4 Rollen Kombinationsschloss an alle Ihre Bedürfnisse an. Dieses Modell verfügt über 4. Nummer 2. Wenger LYN E 41 Liter Carry On. Suchen Sie nach dem perfekten Handgepäck für Ihre bevorstehende Reise. Dann ist der neue Wenger Lüne 1 und 40 Liter Carry On genau das Richtige für alle Reisenden, die sicherstellen wollen, dass Ihr Gepäck in einem Stück am Ziel ankommt. Sie verfügt über ein eingebautes Zahlenschloss, ein integriertes Namens- und Adressschild und 4 leichtgängige, geräuschame Doppelröllen, sodass Sie mit Leichtigkeit durch den Flughafen rollen können. Der Wenger Lüne 1 und 40 Liter Carry On hat eine Schalentasche, ein Netzinnenfach und eine 5 cm lange Verlängerung. Die Erweiterung bietet zusätzlichen Stauraum für Ihre Gegenstände, während die Netztasche im Inneren dafür sorgt, dass Ihre Gegenstände gut geschützt sind. Holen Sie sich mit dem Wenger Lüne 1 und 40 Liter Carry On das beste Handgepäck für Ihre nächste Reise. Und die Nummer 1 unserer Liste. Amazon Basics HZ Spinner. Sie suchen einen robusten Handgepäckkoffer? Dann schauen Sie sich unseren Amazon Basics HZ Spinner Carry On Expandable Suitcase Luke Gargevis an. Unser Hartschalen-Spinner-Handgepäck zeichnet sich durch ein strapazierfähiges Hartschalen-Gehäuse, leichtgängige Rollen und erweiterbaren Stauraum aus. Er ist in drei Farben erhältlich, sodass Sie leicht den perfekten Koffer für Ihre Reisebedürfnisse finden können. Wir wissen, wie wichtig Gepäck auf Reisen ist und deshalb fühlen wir nur das Beste. Unser Amazon Basics HZ Spinner Carry On Expandable Suitcase Luke Gargevis Wales ist perfekt für Kurztrips und lange Urlaube. Mit unserem Amazon Basics HZ Spinner Carry On Expandable Suitcase Loop Gargevis Wales können Sie mühelos reisen. For more information. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. ZARREN-AP. B est Schauen. Abonnieren unseren 눈ells birden